Auch für uns, weil ich sollte jetzt Soko Kitzbühel drehen und dann Tatort, jetzt Soko Kitzbühel und dann im Juni Juli Tatort und das ist alles auf die lange Bank geschoben und man weiß noch gar nicht, wie das überhaupt funktionieren soll. Ich wollte erstmal richtig ankommen, bevor ich gleich stundenlang befragt werde. Sie sind bewusst vor der Polizei weggelaufen. Mich würde mal interessieren, was ist denn überhaupt passiert?